hallo meine freunde herzlich willkommen zurück zu devil may cry und zu auftrag nummer zwei wir können uns jetzt eventuell power ups holen aber ich glaube da sind wir relativ schwach aufgezogen momentan haben wir noch keine waffe die wir aufbissern können und neue kombos kaufen könnten extras es gibt den teufelsstern der momentan noch nichts bringt es gibt den lebenskraft stein der leben auffüllt geweihtes wasser ist quasi eine kleine bombe die allen gegnern schaden macht oder sie direkt umbringt weil es mega overpower das item ist es gibt die widerstandskraft das ist buchstäblich der goldene stern aus mario du bist kurzzeitig unverwundbar nur leider ohne die tolle musik die blaue kugel erhöht unser leben die kleine kugel erhöht etwas was mit lila später zu tun hat und dann gibt es noch die gelbe kugel die wir schon im ersten part eingesammelt haben die uns ein extra leben gibt und dass ihr bescheid weißt falls wir mal shoppen gehen was da was was macht so beginnen wir richter des todes es ist ein landschaftsbild mit einer ganz merkwürdigen stimmung kunst halt nur das ist übrigens so ein shop zum laden in dem wir uns die sachen kaufen können falls wir das am anfang der mission nicht machen wollen keine verwendung mir heisst wie her datatatatatatatatatatata Naja, ausweichen kann man auch. Ansonsten Alternativ zum Ausweichen funktioniert auch immer Sprengen. Es gibt auch Unverwundbarkeits-Frames, in denen man nicht getroffen werden kann. Das muss man aber gut timen alles. Und das Spiel ist nicht so... Oh, jetzt habe ich schon Schaden bekommen. Es reagiert nicht so schnell, wie man es manchmal gerne hätte. Oh je, was kommt denn hier an Gegnern alles? Immerhin gibt es dadurch ein paar gute, gute Örbchen. Ich werde euch später dann noch eine Art und Weise zeigen, wie man farmen kann. Und dann auch ein bisschen farmen. Da gibt es halt einen kleinen Schnitt, beziehungsweise ich werde halt von einem Part aufwanderen ein paar Sachen freigeschaltet haben und ein bisschen Geld bekommen. Aber ich werde euch das alles genau erklären, wie ihr das machen könnt. Und warum ihr das vielleicht machen wollt, oder eben nicht machen wollt. Weil für beides gibt es gute Gründe. Ich habe auch gute Gründe, warum ich das machen möchte. Bevor da irgendwelche alten Hardcore-Fans kommen und sagen so, Was? Man farmt doch nicht in Devil May Cry. Hey. Tja. Dann kein Let's Play gucken, sondern selber spielen. Kann ich auch nur empfehlen, dass... Auch wenn der erste Teil hart gealtert ist, ich finde ihn immer noch super. So, nettes Schwertchen. Das ist die Skulptur einer Frau im Todeskampf. Ein Schwert ragt aus ihrer Brust. Moment. Ich höre eine Stimme. Ich bin Alistro. Die Schwachen werden mir Herz wählen und ewige Treue schwören. Nicht schon wieder, das hatten wir schon im Intro. Ich verstehe ja, dass er das Schwert rausziehen möchte. Aber mit dem Griff sieht das sehr unangenehm aus. Ja. 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 Ach ja. Gewöhnt euch an diese Animation, an dieses Posing. Jedes Mal, wenn Dante eine Waffe bekommt, macht er etwas und es wird nur abgefahrener. Genau, das meine ich. Es wird nur abgefahrener mit der Zeit. Das ist ein Ding, was diese Reihe so an sich hat. Alistar, der Besitzer von Alistar kann sich blitzartig schnell bewegen und fliegen. Ich glaube, dafür braucht es auch ein bisschen Dämon-Fertigkeiten So, ich gehe mal ganz kurz ins Menü, denn Teufelswaffen Wir haben Force Edge und Alistar Force Edge ist das Andenken an Sparda Dantes Vater Es macht keinen Sinn mehr, darüber wieder zurückzuwechseln, das Ding hat kaum welche Fertigkeiten Das hockt ab jetzt nur noch in unserem Inventar Also Nein, 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 ich will es nicht ausrüsten Ich will Force Edge ausrüsten Ich frage es jetzt nur, wo geht es weiter Ah ja Ich weiß wieder Wie gesagt, ich habe vor kurzem ein bisschen ins Spiel reingeguckt Das heißt, ich weiß jetzt so die ersten paar Missionen noch wo es in welche Richtung geht, danach könnte es ein bisschen verwirrter aussehen bei mir Jetzt nehmen wir erstmal das Gewehr mit, die Schrotflinte Präzisionsgewehr Das ist kein Präzisionsgewehr Da bin ich mir sehr sicher Für große Distanzen Hohe Zerstörungskraft auf kurze Distanz Ah Vielleicht zum Tontraubenschießen Huch Hoppla Äh Vielleicht mal muss ich mich da ein bisschen Ups Ein bisschen dran gewöhnen Menüsteuerung ist auch ein bisschen komisch Ähm Waffen Dann rüsten wir mal das Gewehr aus Anders als wir mit dem Schwert Wechseln wir zwischen den Schusswaffen Die haben alle ihre Vor- und Nachteile Ein Sensenmann, der den Teufel sehr ähnlich sieht Ist dargestellt Dort ist auch ein Schlüssel Soll ich ihn nehmen? Yes Der rostige Schlüssel Ah Das war jetzt Relativ problemfrei Ich bin mir überlegen Ob wir mal ganz kurz Zurück zum Raum da am Ende des Ganges gehen sollen Weil wir jetzt so ein paar Sachen kaufen können Ja ja Marionettchen Um euch kümmern wir uns gleich Und dann seht ihr Wozu die lila Sachen da sind Denn wir haben jetzt unterm Lebensbalken Draublaue Symbole Die sind nicht nur zum Schmuck da So Was haben wir denn? Wir haben Schwertangriff Level 1 Erledigen sie ihren Blitz Äh Ihre Erledigen sie mit ihrem Blitzschlechenschwert Ihre Gegner Hin und zurück Werfen sie ihr Schwert in einen Boomerang Luftgang Doppelsprung Luftangriff Steigen sie in die Luft Und greifen sie mit Stromschlägen an Und Wirbel Level 1 Verletzen sie ihre Gegner Mit einem massiven Wirbelangriff Nehmen wir doch mal den Schwertangriff Kann ich mal ein bisschen was zeigen Außerdem ist das unsere schnellste Fortbewegungsmethode Gewöhnt euch an Da I'm a bad guy Ach ja Und jetzt schön mit Elektron drücken Ich mag alles da Ich weiß nicht warum Sein eigenes Design hat was So in der Reihe So dieses Drachenzeug Und dieses blaue Forsage ist eigentlich auch ganz cool Wann Ich frag mich grad nur ein bisschen wann Die Trademark Schwertwaffe von Dante kam So Jetzt zu den blauen Sachen da oben Und den lilanen Orbs Ich hab jetzt nen Knopf Der nennt sich Devil Trigger Und damit komm ich in der Dämonenform Und kann mir Schaden machen Ich heil mich Ich bin schneller Ja Und die Dämonenform ändert sich ein bisschen Danach Je nachdem welches Welche Waffe ich ausgerüstet hab Ändert sich das Design ein bisschen An die Fertigkeiten Ja Das ist der Devil Trigger Der wird uns für die Reihe auch begleiten Und kriegt später noch ein ziemlich geiles Lied So Aber dann gehen wir mal weiter Lassen wir die Lassen wir die Marionetten Marionetten sein Sie haben den rostigen Schlüssel verwenden Wir werden noch genug kämpfen Oh ja Vor allem wenn ich jetzt grad diesen Diese Fontäne Warte mal Fontäne Darf ich? Darf ich? Noch kommen jetzt Dante Oh Hallo Marionetten Aber wenn ihr es schafft da hochzuspringen Äh Dort gibt's Orbs Okay Ich lass es sein Ihr wisst jetzt Dass es dort oben Orbs gibt Nehmt mich beim Wort Au Eine unglaublich starke Macht hält alles fair Bevor ich dem Löwen gegenüber treten kann Benötige ich ein Zeichen Okay Es ist eine Löwenstatue Das ist ein Da ist eine Inschrift Nur jene die den Löwen dann akzeptiert Können mich befreien Ja ich hab zwar eine Mähne Aber aber nicht das Zeichen des Löwen Springen über solche Sachen tut er automatisch Wenn man gegen den Rand trifft Und die Sprungtaste drückt Alternativ kann man auch diesen Stinger Angriff hier benutzen Dann macht Dante das auch Übrigens in mehreren Teilen Nicht nur in dem hier Und wenn man von diesen Marionetten In diesen komischen Griff gefangen gehalten wird Kann man einfach mit dem Devil Trader sich befreien Andere Möglichkeit sich daraus zu befreien Könne ich aber nicht Vielleicht Button mischen Böse Hand So die Pistolen sind gut für Chip Damage Und für so ein paar Gegner mit Hüstungen Und Widerstandsmöglichkeiten Die Schrotflinte ist gegen andere Gegner gut für Was so Widerstand angeht Und also so Poise mäßig Und halt um Gegner halt auf Abstand zu halten Mir steht etwas geschrieben Ein Gott steht vor dir Dränge den Gott mit deiner Kraft zurück Um den Weg zu öffnen Dann machen wir das doch Ach ja eine Falltür Und damit holen wir uns den Stab der Gerechtigkeit Ein Stab der mysteriös leuchtet Was ist das? Ein Stab und was tut ihr? Er leuchtet mysteriös Ja okay Der Pulp Fiction Witz Passt wohl doch nicht überall Ist nicht egal Ist nicht egal Das Film Hä? Ach jetzt wollen sie mich nicht rauslassen Oh je Was wäre ein Spiel mit Dämonen Ohne Dementoren Ich meine Sensenmännern Heißt die Scissors Willkommen Die mitunter nervigsten oder leichtesten Gegnern Je nachdem ob man weiß wie man mit ihnen umgehen soll Und mein Guide zu denen ist Rotplinte Rotplinte und Achtung vor der Vor der Schere Wenn sie einen Abgang macht Die kann ich auch ab Genau die da Weil man weiß wie man sie bekämpft Sind die ziemlich einfach Wenn man aber einfach nur mit dem Schwert drauf haut Nicht so Und ohne Schrotplinte sind die auch nervig Also ich weiß nicht wie das ist mit Pistole Ah Spinnen Spinnen Immerhin geben die ein bisschen Angst Oder Spinnen Leute die Angst vor Spinnen haben Sollten vielleicht abschalten Es ist eine Figur des Todesrichters Anscheinend sollte der Richter etwas in den Händen halten Soll ich diesen Gegenstand verwenden Stab der Gerechtigkeit Ja unser Schwert will ich nicht wieder hergeben Das behalte ich jetzt Ey und damit den Auftrag erfüllt Mit mehr Kugeln Weniger Schaden Und guter Zeit Komm 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 Bera Bera Mindestens Oh Irgendwie läuft nicht so wirklich Ja dann Auf in den nächsten Auftrag Auftrag 3 Zerstörer der Leidenschaft Sehen wir beim nächsten Mal Wenn es wieder heißt Devil May Cry Haut rein und bis zum nächsten Mal Bye bye See you online Untertitelung im Auftrag des ZDF